moin moin und ein herzliches willkommen bei finanzkroku wie würde ich mit dem investieren beginnen wenn ich heute starten würde wie könnte das ganze aussehen welchen welche trends welche bereiche würde ich sehr gerne abdecken und mit welchen firmen würde ich das ganze machen dazu habe ich mir hier eine kleine tabelle aufgestellt und zwar beginnen wir auch direkt mit dem mit dem themen oder mit den bereichen wo ich halt zukunftsaussichten oder zukunftsperspektiven für gut erachte und starten wir mal also zum beispiel jetzt cyber security da würde ich auch sehr gerne investieren oder ich bin ja mittlerweile auch da investiert aber so wie ich das ganze aufstellen also cyber security würde ich halt mit syscosystems abdecken und auch microsoft microsoft hat ja auch vor einiger zeit ein unternehmen dazu gekauft was ich mit der cyber security beschäftigt dann würde ich halt die netzinfrastruktur abdecken wollen also mit glasfaser und besonders hat 5g ist ja im kommen das ganze würde ich halt mit chrome castle die machen ja halt der mehr funktürme und die vermieten oder halt verpachten diese ganzen funktürme halt an zum beispiel an die telekom oder halt an et und das würde ich machen und qualcomm auch halt mit reinnehmen die sind ja auch der größte ziffersteller für smartphones die profitieren auch von der 5g technologie dann haben wir nächsten bereich ist online und mobil payment lösungen das auch ganz ganz wichtig ist auch im kommenden nächsten jahren da würde ich halt die visa ganz ganz groß mit dazu nehmen dann die sb bank aus russland würde ich dazu nehmen und es zuneco aus brasilien dann als nächsten bereich sehe ich halt potenzial in plattform und cloud da würde ich halt die alphabet amazon microsoft und die chinesische alibaba mit dazu nehmen dann haben wir den bereich mobilität also würde ich noch mit reinnehmen da nämlich das unternehmen mbb weil wir haben einige tochterunternehmen ich glaube zwei die sich mit diesem bereich auskennen oder die sich in diesem bereich beschäftigen zudem hat mbb auch noch tochterunternehmen die sich mit regenerativen energien oder mit der nachhaltigkeit beschäftigen so also mbb wird hier zu nehmen dann autonomes fahren hier nämlich die alphabet die habe ich ja schon mitnehmen die wieder also mehrere sachen abdecken genauso wie die microsoft also autonomes fahren würde ich halt mit der alphabet abdecken dann regenerative energien nachhaltigkeit oder allgemeinen energien würde ich halt mit der steiko aus deutschland und mit der solar edge aus israel abdecken wollen die gas probleme ich als allgemeinen als soliden wert für energien mit rein dann gesundheit und life balance finde ich auch einen sehr interessanten bereich wo ich auch sehr viel zukunft chancen sehe deswegen auch hier etwas mehr unternehmen würde ich nehmen also da nachher striker amgen und johnson johnson in diesen vier würde ich halt diesen bereich gesundheit abdecken dann software da habe ich die farber soft aus österreich und die sap aus deutschland würde ich halt mit reinnehmen die finde ich die haben doch schon einen enormen burggraben war wenn man so die sap sich anschauen würde in der industrie zum beispiel dann ist es nicht einfach so schnell mal eben gewechselt der sap software zu einem konkurrenten deswegen finde ich hier schon sap und farber soft sehr gut aufgestellt und in der zukunft habe ich hier auch bei farber soft doch schon sehe ich ja chancen sich hier halt wirklich zu verfünffachen oder zu verzehnfachen bei farber soft dann crypto währungen hier nämlich die facebook mit rein facebook macht ja nicht nur gibt es ja stadt bekannt auch instagram und whatsapp haben die also die sind sehr gut aufgestellt aber als bereich gibt für würdung nehme ich halt die facebook mit rein dann virtuelle welt oder virtual reality hier sehe ich ein video sehr stark kommen auch hier sehe ich bei nvidia enormes potenzial für die zukunft in den nächsten zwei drei vier fünf jahren sehe ich in mir natürlich auf einem ganz ganz anderen level als heute die sind vielen vielen trends dabei dann robotics hier kann man sich natürlich vielleicht die visa anschauen oder halt kuka ich nehme aber die apple mit rein hier bei apple bin ich auch am meisten investiert ist mein größter wert für robotics sind natürlich jetzt nicht so bekannt für aber die haben auch ihre roboter die halt zum beispiel materialen aus ihren iphone heraus suchen die sind da auch sehr weit fortgeschritten und da glaube ich dass apple das auch für andere unternehmen anbieten würde oder wird in der zukunft und da sehe ich apple auch ganz ganz vorne dann haben wir die künstliche intelligenz da ist auch alphabet mit dabei genauso über autonomes fahren ist dabei also hier würde ich auch die künstliche intelligenz also den bereich künstliche intelligenz mit alphabet abdecken wollen dann haben wir auch einen ganz großen sektor den ich auch für die zukunft in der zukunft sehr viel potenzial sehr es ist gaming also e-sports da ist tencent würde ich nehmen aktivischen blizzard und aus japan namco bandai diese drei unternehmen würde ich halt für diesen bereich gaming und e-sports nehmen dann haben wir nahrung lebensmittel also da sehe ich halt movie ganz weit vorne also der größte lachs züchter aus norwegen ich denke mal in der nächsten zukunft also in der zukunft in einigen jahren werden wir vermehrt auf fisch uns von fisch ernähren und deswegen sehe ich hier bei movie extremes potenzial als grund solides investment für ich noch die nestle aus der schweiz pepsico und einbev mitnehmen einbev ist ja aus brasilien einer der größten getränke hersteller dann haben wir haushalt also pflegeprodukte da nehme ich auch ungeleber und racket benkel bänke mit rein dann luftfahrt airbus ist deshalb sehr extrem abgestraft aber ich denke mal in der zukunft wird sich er muss wieder stabilisieren und wir werden da auch ordentliche gewinne wieder einfahren können deswegen die luftfahrt würde ich immer noch mit rein nehmen weil die menschheit die muss fliegen wir müssen schnell von a nach b kommen wenn zum beispiel von hier nach brasilien fliegen müssen oder die usa dann können wir zum flugzeug machen und deswegen denke ich mal werden wir diese branche wieder nach oben sehen also airbus für luftfahrt dann medien da sehe ich halt wohl disney t und t und bh die aus indien würde ich halt mit mit einnehmen dann industrie brauchen wir auch immer wieder die dann nämlich dann hier die feste siemens und reels industrie ist aus indien dann haben wir immobilien mit die auch haben abdecken da nehme ich die umgekehrte aus dem gesundheitsbereich und dick asset aus dem gewerbebereich mit rein so das würde ich halt das sind halt meine meine bereiche die ich hätte gerne abdecken würde also ich sehe besonderen potenzial in cyber security also dann 5g wir haben hier payment lösungen da ist extremes potenzial und die cloud autonomes fahren sehr sehr interessant gibt besonders auch gesundheit ich denke auch in den nächsten jahren werden nur die unternehmen die sich mit der gesundheit beschäftigen also solche unternehmen wie striker oder johnson & johnson werden wahrscheinlich noch viel stahl nach oben im kurs gehen dann haben wir crypto währungen würde man auch nicht vernachlässigen ich würde jetzt nicht extrem jetzt in bitcoins investieren aber ich würde halt ein unternehmen wie facebook investieren die sich halt damit beschäftigen ihre eigene währung herausbringen dann auch ganz ganz weit vorne sehe ich auch virtuality oder e-games und da ist halt in video aktivischen wizard doch schon sehr sehr interessant günstige intelligenz natürlich auch nicht zu vernachlässigen mit alphabet bin ich da auch sehr sehr gut abgedeckt ja und grund investment sind halt lebensmittelpflegeprodukte sollte man mit rein nehmen das sind halt wirklich die und die bereiche die ich das größeren wert legen würde das würde ich quasi so als das sind ungefähr da sind das sind 42 unternehmen hier fehlt noch die beckscher rb die würde ich auch noch mit ins boot nehmen als zum kleinen ich sag mal so ein etf aber weil die haben eigentlich sehr viele unternehmen und ich bin von bergstädter überzeugt da sehen wir hier noch mal unterteilt diese 42 unternehmen die ich bin ich heute starten würde würde ich das ungefähr so aufbauen in diesen in diesen unternehmen das ganze realisieren dann können wir uns anschauen wie wir das ganze gewichtet sein nicht umsonst habe ich unternehmen aus brasilien mit aus indien oder israel mit rein genommen natürlich einfach um das ganze etwas breiter zu streuen ich möchte ja nicht nur ein klumpen risiko haben wo man natürlich sagen kann aus den usa sind halt die besten firmen aber ich möchte etwas doch etwas breiter das ganze streuen und ich habe jetzt 50 prozent usa wahrgenommen dann haben wir 30 prozent europa asien 15 prozent und auch lateinamerika mit knapp 5 prozent dann sehen wir es den ganzen in länder aufgeteilt wir sehen hier also die 50 prozent sind in nordamerika dann haben wir aber deutschland mit etwa fünf nicht etwas da sind fünf unternehmen also so ein unternehmen wie siemens sap steiko die sind aus deutschland dann haben wir brasilien habe ich zwei unternehmen mit reingenommen dann haben wir china und indien mit jeweils zwei unternehmen auch russland ist mit zwei unternehmen dabei die es der bank und die gazprom niederlande mit zwei unternehmen österreich ist ein unternehmen dabei israel ist ein unternehmen dabei großbritannien schweiz norwegen und japan sind auch jeweils mit ein unternehmen dabei also man sieht ich habe nicht nur auf dem auf die bereiche geachtet also welche bereiche ich abdecken möchte also sowas wie server security oder 5g plattform cloud gesundheit und nachhaltigkeit nein ich habe auch darauf geachtet wo kommen diese unternehmen her und ich möchte auch die bestimmte länder abdecken also so würde ich wirklich derzeit starten wenn ich jetzt beginnen würde ich finde auch die 42 unternehmen ergänzen sich hervorragend und das gibt es unternehmen die halt potenzial haben wie eine nvidia oder halten alibaba die auch jetzt alibaba mittlerweile auch in indienmarkt mit reingeht oder eine unilever die auch emerging markets tätig ist eine movie die sich halte vervielfältigen kann oder eine fabersoft aber auch unternehmen wie eine pepsico und nestle die einfach solide das depot halt solide halten bedanke ich mich fürs zuschauen und würde sagen wir sehen und hören uns beim nächsten mal wieder bis dahin